Hallo, ich möchte alle in Eichen wieder herzlich begrüßen und zwar die Sicherung herkürzend. Ich mache es jetzt von innen und da haben wir auf und das ist schon offen besser gekriegt und jetzt müssen wir die da drüber ziehen Es ist mir gelungen das zweite Mal, das ist ein Wahnsinn Da habe ich jetzt ein Turbo Mausen gehabt, ehrlich gesagt Mit dem habe ich nicht gerechnet Zuerst habe ich nämlich schon 50 Mal aneinander geschissen Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage So, und jetzt möchte ich euch wieder zeigen wie man kein Rimmen wechselt und dass ihr da ungefähr ein Ding habt den könnt ihr alle zwei Eis bei ihnen machen können aber ist egal Ich mache einmal den Motor, klappe ich zu aber ich weiß gar nicht, ob ich kein Rimmen jetzt wechseln kann Schauen wir einmal, den Motor glaube ich öffnen Nein, das geht glaube ich gar nicht weil das ist nämlich, ich habe es erst gewechselt Nein, das geht nicht Also ich glaube nicht Ich glaube nicht Ich glaube, wir werden da vielleicht doch hart Ja, vielleicht jetzt doch benutzen Aber ich glaube nicht Wenn eine neue Ordnung ist, wird es nicht funktionieren Schaut, das hätte ich euch gerne gesagt, aber Ja Dann nicht Also mit Sicherung wechseln kehrt wie es jetzt Und Dann kein Rimmen Mache ich auch noch mehr Video Okay, alles klar Ja 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 Ja